...verletzt haben. Aber sie hat es trotzdem noch geschnitten. Seht ihr, was passiert ist? Sie hat nach Hofhaus gesucht und stattdessen das hier gefallen. Wie kann er hat sie getötetet? Also ich fand das alles besser, als wir noch von außerdem ausgehen. Ich konnte die chemolumineszente Signatur des Materials klären lassen, wie sie entsorgt wird. Mangan, Atriacole, Dreh und Verwendet zur Herstellung von Batterien. Können Sie damit einen spezifischen Hersteller einbringen? Ja, ich habe es schon. Innertron, der Mexikanische Flanel-Stauk ist zu viel ausgestorben. Innertron, die in der Gegend, der selbst noch ein gering Flanel-Stauk-Stauk gibt. Gehe, in Ruhe, und in der Welt, dann Natriacole, Dreh. Wow.